Die sollte ich eigentlich jetzt auch kaputt kriegen, vor allen Dingen mit dem Hairball, der hinter uns her fliegt. Hilfe ab! Machen wir. Justice machen wir auch. Jetzt werde ich auch noch in Skype angeschrieben. Es tut mir leid, Leute, es ist keine Absicht. Bob's Rotten Hat. Naja, kann man zumindest schmeißen. Für den Anfang. So. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Itemraum. So, komm. Boom. Wenn man nichts Pesseres damit zu tun hat, dann schmeißt man halt auch mal Bob's Kopf. Vielleicht lieber hier auf. Achso. Das war der Fuß von Marm. Durch den Zehennagel beschworen und nicht durch das Event getriggert, was hier war. So, den nehme ich mit. Schlüssel nehme ich mit. Bombe nehme ich mit. Und eine Münze spende ich. Okay, die Bombe hätte ich nicht unbedingt gebraucht, hätte ich auch spenden können. Aber ich wollte. Ich wollte mir dafür die Bombe kaufen. Geld ist halt zum Ausgeben da. Deswegen, ich bin da nicht so der Spender ins Spielen. Und auch nicht so, halt niemand, der Geld aufhebt. In Spielen kann ich das nicht. Da bin ich echt nicht gut drin. So, die Gates. Ja, jetzt könnte ich hier im Prinzip zugucken, wie unser Baby den Ferry macht. Ich kann auch gerne hier nochmal Bob's Rottenhead daneben schmeißen. Ja, das ist gut. Mach so weiter. So. Bisschen Vorsicht. Nee, komm. Cool. Marms Fuß hat es endlich mal gebracht. Hat den Gegner kaputt gemacht. Und ich kriege keinen Deal. Das ist mal wieder typisch. Obwohl ich keinen Schaden genommen habe. Hier werde ich aber den Puls Worm jetzt mitnehmen. Ähm, der Lovers behalte ich. Ja, komm. Nehme ich der Lovers mit. Die eine Münze werde ich natürlich auch zum Automat bringen. Möchte ja alles spenden, was ich kriege. Und jetzt suchen wir uns noch den Itemraum. Gucken mal, ob wir da ein anständiges Space behalten. Ja, der Puls Worm macht unsere Tränen jetzt endlich mal zu was Anständigem. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwo was Tolles. Außerdem war ich hier oben noch nicht drin. Gucken, was für eine Kiste hier liegt. Oh yeah, Skepia. You feel blessed. Und ich bin gerne gesegnet. Ja, bin ich doch gerne. Gefällt mir. So. Vielleicht kriege ich ja auch irgendwo noch den Teufel. Dann kriege ich doch noch einen Deal. Also den Joker meine ich. Nicht den Teufel. So, komm. Ne. Ich wäre echt gern Guppy. Das wäre hier wieder schöner. Wird es wieder abgehen. Aber ich glaube, das ist ein Wunsch, der mir nicht erfüllt wird. So. Äh, Telepathie für Dummies. Ne. Ganz ehrlich, ist kein gutes Item. Destruction. Das zerstört alle Steine und so weiter. In dem Raum, in dem wir gerade drin sind. Auch nicht so toll. Ja, weil ich liebe Bobsrotten. Den kann ich zumindest meinen Gegner an die Rübe klatschen. Ich hoffe, ich habe auch jetzt keine... Also ich habe wahrscheinlich das ein oder andere Skelett mal nicht zerstört. Macht auch nichts. Aber generell hoffe ich, habe ich die meisten kaputt gemacht. So. Und... Auf... In die nächste Ebene. Du warst eine doofe Pille. Genau, du warst... I found Pills. Item. So. Da komme ich eh nicht rein. So. Ach stimmt. Warum habe ich überhaupt mein ganzes Geld verballert? Ich vergesse immer, dass die Debs zwei Ebenen sind. Ich hätte hier noch abgreifen können. Aber vielleicht kriege ich ja wieder 15 Münzen. Man weiß es nicht. Sollte mein Geld nicht so zum Fenster rauswerfen. Stimmt schon. Das ist nicht gut. Na, Eve. Wir sind... Wir sind ein tolles Team. Dem Geld verschwenden. Ja, mein schwarzes Herz verliegt wahrscheinlich eh noch. Deswegen warte ich erstmal ab. So, komm. Nee. Stirb doch einfach. Mistvieh. Komm. Brav. Wieder Geld. Und der Emperor bringt uns direkt zum Mahm. Das will ich aber nicht. So. Weiter. Oh Gott. Ja, bei sowas hier kann man nämlich ganz schnell mal Herzen verlieren. Ich bin froh, dass ich hier meinen Schutzschild habe. Und Teos Bates verdoppelt meine Schlüssel. Das ist gut. Ich hoffe ja, dass ich Dings kriege. Den Joker. Ich möchte nämlich unbedingt ein Deal haben. So ein Deal, in dem am besten zwei Gappi-Items und nicht 9 Lives drin sind. Also mit zwei Gappi-Items meine ich jetzt wirklich nicht 9 Lives, sondern Gappis Tail und Gappis Head. Das sind genau die, die ich will. Okay, Gappis Color... Nicht Color. Color. Wie auch immer anders spricht. Ich bin so schlecht in Englisch. Noch nicht am Schluck auf. Alles abräumen. Und dann wieder gehen. Und nochmal rein, um zu gucken, was für eine Karte war. Die Stars. Äh, Passage. Was war Passage? Drücken wir gerade mal. So. Achso, das führt uns direkt in den Utero. Ne, das wollen wir nicht. Ähm, das gibt uns drei Spirit Hearts, sobald wir es einsammeln. Ja, komm, nehm ich mit, nehm ich mit. Faith Up. Rosary. Der Glaube ist stark in uns, hab ich das Gefühl. Also, an Glauben mangelt das uns derzeit nicht. Vielleicht kriegen wir ja ein Deal mit dem Engel. Das wäre doch auch schön. Dann können wir den sprengen. Dann gibt's vielleicht jetzt den Super Teufel Kampf. Also, ich werde auf jeden Fall, äh, Dings machen. Das Lamp. Und wenn ich danach noch Lust hab, mach ich noch einen Super Teufel. Das ist bei mir meistens so. Wenn ich einen guten Run hab, dann mach ich beides. Dann, ich kann zwar das Ending nach der Lamp nehmen, aber ich mach's einfach nicht. Weil ich Lust drauf hab, den Super Teufel noch zu töten. Weil für den Super Teufel gibt's nix. Da gibt's nur das Ending. Da gibt's aber keine Items mehr. There are Abudance. Oder Abudross. Was macht das? Ich weiß es nicht. Äh, wo sind meine Lovers hin? Hab ich meine Lovers irgendwo vergessen? Ich glaub, ich hab meine Lovers verloren. Achso, stimmt. Ja, ich hab hier die Stars benutzt. Genau, da liegen meine Lovers. Bin ich doof. Klar. Hier hab ich ja mit Absicht erstmal zurückgelassen und die hol ich mir dann ja noch. Bevor ich jetzt Marmkill. Außerdem wollte ich gern noch ein bisschen Kohle machen. Aber daraus wird fürchte ich nichts mehr. Außer ich krieg den Lucky Rock und darf dann hier alle Steine kaputt trampeln als Dompy und hol mir damit dann die Kohle. So, komm. Geh kaputt. Der hat aber lang gebraucht. Gibt der andere auch ein halbes Herz? Ja, die geben alle halbe Herzen. Halbe Hähnchen wären mir lieber. Blöder Witz. So, komm. Geh kaputt. Stirb, Mistvieh. Eigene Münze. Großzügig. Naja, man weiß es nicht. Vielleicht ist ja hier Greed drin. Naja, es ist ein Greed drin, der sitzt hier vorne. So, die spreng ich aber auch. Sind eh keine so tollen Items. Muss man mal ganz deutlich sagen. Also, das ist nichts, wofür ich eigentlich mein Geld ausgeben sollte, seien wir ehrlich. Außer vielleicht die Batterie. Ja gut. Klar, das ist das einzige Item, aber das einzige richtig große Item. So, ich geh auf jeden Fall in den Cursed Room. Vorsicht. Ich möchte nicht wieder Herzen verlieren. So, und hier rein. Ähm. Ja, gut. All meine Spirit Hearts haben sich in schwarze Herzen verwandelt. War das hier meine Loverkarte? Ne, das war der Emperor. Verdammt. Gut, erstes schwarzes Herz weg. Ich bin gut, ne? Ich bin richtig schlicht. So, Mama möchte ich auf jeden Fall bekämpfen. Ich hätte es beinahe geschafft, wahrscheinlich einen Deal auszuhandeln. Naja, vielleicht kriegen wir eine ja trotzdem. Wäre schön. So, mal gucken. Los, Mom, schenke mir einen Deal. Und du bist die rote Mom. Jees. Ich mag die rote Mom. Ist tatsächlich meine Lieblings Mom. Weil es ist... Ich bin zwar doof, aber es ist trotzdem meine Lieblings Mom. Weil es ist einfach die leichteste Mom. Von allen. Ihr seht, wie einfach ich sie platt machen kann. Weil sie stampft nur und macht ab und zu mal Bluttränen aus einem ihrer Augen. Aber ansonsten ist das hier echt ein bisschen Witz. Oh ja, Small Rock, Damage Up. So, komm. Bam. Ach, du hast gerade geschossen, ne? So, Fuß bitte. Ohne Beschwörung, ist das so schön. So, eins noch. Na, noch einer. Komm. Oh, ja. Und ich lasse mich nochmal treffen. Aber ich habe es trotzdem geschafft und kriege trotzdem einen Deal. Das ist nett. So. Aber mit dem Teufel. Kein Engelchen für mich. Uh, das ist eine schwere Entscheidung. Das ist eine verdammt schwere Entscheidung. Nehme ich den Brimston Laser? Ja. Mach ich. Die Satanisten-Bibel nehme ich auch mit. Ist vielleicht ein Fehler gewesen. Aber ich will es. Ich will es so unbedingt. So. Jetzt geht es ab. Jetzt sind wir heftig. Jetzt sind wir richtig heftig. So. Nehme ich auch gerne hier den Kampf auf mich. Weil ihr seht ja, was jetzt hier abgeht. Wir sind die Killer Eve. Außerdem ist das hier auch wieder eine Aufladung für die Satanisten-Bibel. Und ich hätte gerne volle schwarze Herzen. Ja, komm. Stirb. Ach ja, der gute Chub. Jetzt gerade auch rangesteckt uns glaube ich eine Münze, ne? Oder wie war das? Ich weiß gar nicht, ob das bei Bossen auch zählt. Ich glaube nein. Ne. Hat uns nur ein halbes Herz gegeben. Können wir nichts mit anfangen. Ich hätte eigentlich den Emperor mitnehmen sollen. Hätte glaube ich mehr gebracht, indem ich unsere ganzen Herzen verkauft habe. Dass der Teufel überhaupt so viele Herzen haben möchte. Ich meine, es bringt ihm nichts. Er ist trotzdem sehr, sehr schwach. Also er ist nicht sehr, sehr schwach. Aber er hält nicht viel aus. Ich bin immer noch Stumpy. So, komm. Leichte Bosse. Also leichte Gegner. Keine leichten Bosse. Leichte Gegner. Weil leichte Gegner sind gut für uns. Sind sehr gut für uns. Wir laden nämlich unsere Satanistenbibel auf. Damit können wir uns regenerieren. Ja, sowas hier. Räume voll von denen. Kannst du noch 30 geben. So. Großer Raum. Och, voll von denen. Ja, von denen darf es gerne 0 geben. Einen Run, in dem ich den Fichern hier nicht begegne. Gab es den schon? Ich hoffe ja. Bitte sag mir, ich habe alle getötet. Ja, ich habe sie alle. Sehr schön. Jetzt eine 48 Stunden Energiepille. Das ist schön. Das wäre richtig cool. So. Du müsst alle sterben, ihr Würmchen. Da kommt Freude auf. Bra. Hier. So, und du bist hier. So, so. 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 Was ist hier? Oh Gott. Ja, das war klar, dass ich hier wieder etwas Schaden nehme. War, glaube ich, auch unvermeidbar. Zumindest für mich. So, Baby. Mach deinen Job. Wäre ja für mich jetzt auch, äh. Nicht. Also, ich meine, ich kann hier mitkämpfen. Die sind ja nicht so stark jetzt. Aber ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht treffen. Aber so Gegner dürfen auch gerne mehr kommen. Äh, Gurglings. Joa, sind sind erträglich. Umbrellial Chord. Ja, das bringt mir auf jeden Fall mehr. Fetal Protection. Mhm. Klingt gut. Protection klingt immer gut. So, komm. Eine neue Karte. Temperance. Kann ich Blut spenden, wenn ich möchte? Möchte ich bloß nicht. Aber Geld spenden möchte ich. Was hast du für mich? Ein Spirit Heart. Ähm. Joa, hast du vielleicht noch was für mich? Ein Normal Heart. Okay, aber Spirit Heart nehme ich gerne mit. Das war sehr, sehr nett von ihm. Oh, der halbe Loki. Also, der geteilte Loki ist ja. Es sind ja beide Hälften anwesend, also es ist kein halber Loki. So. Mö. Komm. Gut. Life Up. Und den Goathead. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, komm. Geh mal weiter. Warum werde ich eigentlich jetzt die ganze Zeit angeballert? Äh, angeballert. Ja. Angeschrieben. So, komm. Alles tot. Wir können mal wieder nicht fliegen. Das stört mich mal wieder ein bisschen. Ihr wisst ja, dass ich gerne fliegen kann. So, was bist du? Äh. Boss of Steel. Boah. Doch eine relativ schöne Überraschung. So, komm. Du auch. Mal wieder ein schwarzes Herz machen. Das ist so schön. Jetzt wisst ihr, warum ich die Satanisten-Bibel dabei habe. Ich finde, das ist eins der besten Items, die man sich hier anschaffen kann. Der Deal kostet vielleicht zwei Herzen, aber die, die es wieder rausholt. Du bist viel. Ich mag dich nicht. Niemand mag dich. Niemand weiß, was du überhaupt darstellen sollst. So. Mal gucken. Äh. Pellchen. Pellchen ist das. Noch eine Boss of Steel, wenn ich das so richtig sehe. Schick. Joa, werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Vielleicht nach. Ähm. It lives. Um wieder Kraft zu sammeln. So, was ist hier drin? Die 6, die re-rollt mein Items-Set, wenn ich mich nicht irre. Deswegen könnt ihr das gerade vergessen. Als ob ich hier mein Set re-roll. Ich glaube, ihr wollt sagt, so schlecht läuft es bei uns gerade nicht. Oh, diese. Der blaue, ne? Wir sind zwar protected, aber ich mag ihn trotzdem nicht. So. Er ist das down. Ist ja noch ein gefärbter. Immer diese Champions ohne Vollladung. Yes. Ey, möchte ich aber noch nicht ziehen. Erst wenn ich nochmal Schaden genommen habe. Obwohl. Kann ich mein Herz voll machen. Dann ist es zumindest nicht halb. Und ich muss Bruga zustimmen. Diese Debatte halb voll oder halb leer. Das ist eigentlich Schwachsinn. Weil. Ich bin jemand. Ich bin jemand wie Bruga, der. Da auch sagt. Ähm. Dass es. Von der Richtung her. Halt abhängt. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt versteht, wie ich das meine. Also zum Beispiel beim Glas auffüllen. Wenn man das Glas auffüllt. Also was rein macht. Dann ist es halb voll. Wenn man es leer macht. Ist es halb leer. Also wenn man es trinkt. Ausdringt. So finde ich das. Ich weiß ja nicht. Ja, jetzt kann ich Killer. Jetzt kann ich einfach so viele Brimstone Laser schießen, wie ich möchte. Ich muss gar nicht mehr aufladen. Also. Ich muss noch aufladen. Aber. Naja. Aufladen kann man das nicht nennen. So. Vor allen Dingen. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich hier mitnehmen soll. Die 48 Stunden Energiepille. Oder. Eine von den. Von den. Ja. Wie heißen sie? Ener. Nicht Energie. Ähm. Ja. Balls of Steel. Ich habe es doch direkt vor der Nase. Ne. So. Ein bisschen aufpassen. Ich kann hier hier. Eigentlich muss ich hier nicht aufladen. Ich kann hier hier schießen, was ich will. Dö, 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 dö. Oh. Kacke. Ja. Immerhin kann ich jetzt. Ja. Komm. So. Dann hole ich mir jetzt kurz die 48 Stunden Energiepille. Dö, dö, dö. Zurücklaufen. Dö, dö, dö. So. Zünden. Alles gegen schwarze Herzen austauschen. Zünden. Zünden. Balls of Steel nehme ich mit. Die andere kann ich ja leider nicht mitnehmen. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Außer das Teufelchen hat für mich jetzt nochmal einen Deal, aber hat er wahrscheinlich nicht. Nein. Gut. Dann. Auf in die Hölle. Wo sind wir? Sheol. Na ja. Das war ja irgendwo auch klar, dass wir in die Sheol kommen. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, was Sheol eigentlich wirklich ist. Ne? Wurde ich drum gebeten, dass ich da mal nachgucke. Also, wer möchte, kann sich den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Der ist sehr, sehr klein. Und erklärt das wirklich gut. Sheol ist sowas wie die Hölle. In den griechischen Übersetzungen ist das die Hölle. Hier könnte ich mir Fliegen holen. Oder den Contract. Ich nehme The Pact Tears ab. Vor allen Dingen, weil es hier mein Spirit hat. Also mein verlorenes Herz wieder mit Herz füllt im Prinzip. So. Zack. Achso, da ist noch eine Spinne übrig. So. 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 Alles töten. Es sind genug Feinde für alles da. So. Ich finde das cool, dass ich den Brimston halt eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich aufladen brauche. Ihr seht ja, wie schnell sie die Backen dick macht. Das ist super. Ich bin so ein bisschen verliebt gerade. Super Teufel kann ich ja leider nicht machen, weil ich keine zwei Deals with an Angel hatte. Aber muss ja nicht. Läuft ja auch so gut genug. Achso, stimmt. Ich bin ja Stumpy. Ich brauche ja sowas wie Bomben gar nicht. Das brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. So. Du kannst auch einen Brimston, ne? Wer von uns denkt, du warst den besseren Brimston? Pah. Du. Nein. Du kannst einfach bloß dunkel machen und hier rumfliegen. Das kannst du. Oh, ich kann mit Brimston wieder Licht machen. Habe ich den einen schon gekillt? Naja, zumindest den anderen habe ich gekillt. Äh, the broken Ankh. Ähm, hatten wir bis jetzt noch nicht. Ich habe aber schon... Ich weiß aber, was es bringt. Ha. Bin euch etwas voraus. Es tut mir leid. Ich möchte eigentlich nicht so weit voraus sein. Ähm, der Effekt ist eigentlich ganz schnell erklärt. Es besteht die Chance, dass man mit dem Effekt vom Ankh wiederbelebt wird. Tja. So schnell kann man das erklären. So. Was bist du? Speed up. Naja, das ist immerhin nicht mehr ganz so langsam. Oh, ja. Brimston Augen. So, ich könnte ja mal meinen... Meine Satanisten-Bibel wieder reaktivieren. So. Naja, reaktivieren. Das war ja nie abgeschaltet. Obwohl, naja, das kann man schon als abgeschaltet definieren. Dann war es eine Reaktivierung. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Es war eine Reaktivierung. Dann ist alles gut. Spirit Hearts, Leute. Nicht normale Herzen. Äh, woran habe ich gerade... Achso, da ist ein Abgrund. Oh, ich habe den Bildschirm so blöd abgeklappt. Ich konnte es eben echt nicht sehen. Ich dachte, da wäre normale Fläche. Oh, ich hasse das, wenn ich so eingeengt werde. Leute, ich verballer gerade echt alle meine Herzen, ne? Jetzt brauche ich wieder so eine 48 Stunden Energiepille. Oder noch mehr Balls of Steel. Ich möchte sie jetzt noch nicht benutzen. Doch, ich werde... Ich benutze jetzt. So. Achso, das war mein... Ich sehe das so schlecht. Also obere, rechte Ecke sehe ich gerade echt ganz schlecht. Moment, ich klappe mal kurz mein... Ah, viel besser. Wenn ich jetzt ein Bildschirm leicht geklappt habe... Ihr wisst ja, ich nehme ja am Laptop auf. Viel besser. So, Satan. Ja. Ich weiß, ich bin Isaac. Du bist Satan. Haben wir uns jetzt genug vorgestellt. Ja, spalte dich ruhig. Vom mir aus spalte ich dich auch wie ein Atom. Zack. So. Sataninchen. Warum bewegt er sich eigentlich? Der bewegt sich doch nicht immer. Er hat noch auch schon, dass er stehen bleibt. Ich glaube, wenn wir ihn... In einem guten Intervall angreifen, dann bewegt er sich nicht. So. Jetzt noch die Beinchen. Ich hoffe, die sind nicht zu behaart. Hast du dir die Beine rasiert? Ne, hast du nicht. Böse. Und nein, ich möchte damit nicht sagen, dass alle Menschen, die sich nicht die Beine rasieren, böse sind. Das wäre etwas übertrieben. So. Ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man hier nicht... Gleich zerquetscht wird. So. Vorsichtig. Und auch am besten nicht immer denselben Weg... Also nicht auf der gleichen Fläche hin und her laufen. Den Fehler mache ich ja auch gerne mal. Haben wir es geschafft. Naja, noch haben wir es nicht geschafft, weil jetzt kommen wir erstmal in den schwierigen Bereich. So. Der Darkroom. So weit, so gut. So. Erst Spiritart haben wir wieder. Spindchen. Und das Book of Belial will ich nicht. Ich habe meine Satanisten-Bibel. Und damit bin ich ganz zufrieden. Frieden. Der Tod. Der Tod. So. Ein bisschen vorsichtig sein. Achso. Ja, jetzt lade ich ja langsamer. Das hat sich ja der Tod fein überlegt. Mich hier langsamer laden zu lassen. Oh. Ich glaube, dass ich verliere jetzt echt... Ich gehe echt davon aus, dass ich gleich tot bin. Du hast schon kein Leben mehr. Immer diese zwei Reiter, ne? Warum bringen die so viele Reiter hierher? Uh, das war knapp. Komm. Der erste Tod ist, ist der andere nicht mehr so schlimm. Finde ich echt. Also ich finde es deutlich schlimmer, gegen zwei zu kämpfen, als gegen einen. Einer ist überhaupt gar kein Problem mehr. Ja, mach mich deine Böms. Okay, oder auch nicht. Lass deine Böms. Bin zu schlecht für deine Bomben. So, komm. Bistest du nicht bald mal? Ja, genau. Jetzt bist du zu Fuß unterwegs. Jetzt bist du zu Fuß, bist du kein Reiter mehr und damit ungefährlich. So, gleich mal wieder ein schwarzes Herz machen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Oh Gott, Geister. Maisbrot. Ja. So. Diese Drecksgeister. Brauchen ewig zum Respawnen und dann immer so, dass man reinläuft. Es sollte mehr Gegner wie euch geben. Jetzt, ja, ich habe schon gedacht, jetzt kommst du wahrscheinlich und zieh mir ein Leben ab, weil ich sowas gesagt habe. Ja, Laser Tears habe ich auch gern. Daddy, jetzt mache ich mich nicht schwach. Ja. Gut. Soll ich es probieren? Ich probiere es. Der Lamp, ein etwas stärkerer Gegner, finde ich zumindest. Vor allen Dingen diese Tears hier, die sind die Hölle. Aber dafür sind wir ja auch hier. Für die Hölle. So. Oh Gott. What a horrible night. Ja, jetzt hat sich Skepula aktiviert. War das Skepula? Ich glaube ja. Auf jeden Fall haben wir eben ein Spirit Hard bekommen. Das haben wir auch dringend nötig gehabt. Ich bezweifle, dass es reicht. Ist halt echt ein harter Kampf. Okay, eins haben wir. Wenn es uns gelingt, den Kopf zu zerstören, haben wir es geschafft. Nein, sei lieb. Ich glaube, wir haben es geschafft. Leute, mir geht gerade die Pumpe. Ich habe einen Puls von 180. Puh. Also, das ist viel zu spannend. Also, ja, das Ending kennt man ja. Habe ich ja schon öfter gezeigt. Aber, äh, ich bin fix und fertig. Ja, der schwarze Lippenstift ist im Basement appeared. Leute, es sieht so schön aus. Yves und wie mit der Cecil. Haben wir das noch gar nicht? Muss ich mir das noch nachholen. Gut, Leute. Aber ich bin fix und alle. Ich lasse es euch jetzt mal auf euch wirken. Lasst mir in den Kommentaren. Macht ein bisschen Werbung für mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. The Binding of Isaac, Rebirth. Bis dann, euer fix und fertiger Wolf.